So und Willkommen zum neuen Part Let's play The Legion of Zelda Skyward Sword Ich muss heute ein bisschen leiser sprechen aber alles gut. Ich würde sagen so im Ton ist okay. Doch. So ist im Ton okay. So. Ja, wir haben den letzten mal den Dungeon geschafft und jetzt reisen wir wieder zum Wolkenmeer. Ja, genau, let's go now, hope you. Ja, genau, let's go. Und da sind wir auch schon, heute ist genau. Da sind wir schon. Sehr gut, werden wir hier. Nach lange Zeit, okay, sehr gut. Freut mich. Uh. Hallo. Wer bist du eigentlich? Hey. Oh, du bist also doch dein Junge, der bei der Vorsitzung gewonnen hat. Diese Ritterkluft steht wirklich hervorragend. Wenn du sowas bei Gewalt machst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Oh, danke. Thank you, danke. Ach genau, jetzt müssen wir erstmal die Steintafel ansetzen. Die ist oben, ne? Die ist da oben. Ja, bestimmt. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Steintafel hier einsetzen. Geh weg, du kehre viel, du nervst. Aber gut, lass uns am besten nicht mehr stören von diesem Doofmann. So. Das ist gut. So, gehen wir auch hier weiter. Genau. So, gehen wir auch hier weiter. Genau. Hier müssen wir nämlich genau. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Auf den nächsten Besuch hier hin. Hallöchen. Und wir müssen sie hier in Schieben. Okay, machen wir. So, eine zweite Tafel von drei. Sehr gut. Freut mich, Baby. Sehr gut. Mach dich da das. Gib bitte. Stelle fest, dass sich in nordöstliche Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf der Reise vorbereitet hast. Danke, Marecha. Ja. Gut. Die machen wir uns hier bereit. Okay. Dann machen wir uns auch bereit für diesen Ausflug dann in den Eldin im Feuergebiet. Ja. Das kann man als Feuergebiet nehmen. Oder auch bezeichnen. Das ist, wie gesagt, bald ein neues. Ja, Gebiet. Und das ist so eine Art Feuer. Dann schon auch, ja. Cookie, meine Cookie, wo bist du denn nur? Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur? Nicht, wenn man sie entführt hat. Oh, du bist es, Cami. Ja, was ist denn los? Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Wer ist Cookie? Sie ist meine Tochter. Ein kleines süßes Mädchen von fünf Jahren. Von fünf Jahren. Ich bitte dich, Cami. Willst du nach meiner Tochter suchen? Natürlich loge ich mal nach. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr gefühlten Gestalt gesehen. Es sind so Leute, die hoffen sie, wer von einem fischlichen Dämonen führt wurden. Was soll das halt nur tun? Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie schleppt den Boden. Ich bin ganz sicher. Bitte fehlen meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hätte furchtbare Angst. Ja, ich helfe dir natürlich. Mach ich. Natürlich mache ich das. Vielen Dank, ich wusste, dass du oft der Schüler, der in der Schule verlassen ist. Ja, ich zähle auf dich. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, aber ist egal. Hey. Was für eine bescheuerte. Rufe. Hallo. Hallo. Bist du bescheuert, oder was? Bist du bescheuert, Kopf? Richtig bescheuert, aber gut. Hi, wie geht's dir denn eigentlich? Hey. Hallo Kami, weißt du denn schon, wo unseres Halter ist? Oh, ich verstehe. Da streng ich an. Ah, ok. Ok, danke. 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 Erstmal einen guten Drink an alle. Prost an alle Leute. Und ja, einen guten Tag noch. Auf ein Getränk. So. So. Ups. Salah. Das war nur meine Flasche. Also gut. Ne, sorry. Sorry, Leute. So. Das war wie gesagt nur meine Flasche. Alles gut, baby. War nur meine Plastikflasche. War nur meine Plastikflasche. Genau. So. Achso. Genau. Das Badezimmer. Wolltet ich euch auch mal zeigen? Ist auch voll schön eigentlich hier doch, ja. Man kann auch hier baden, wie gesagt, ne. Man kann auch baden hier genau. Ja, voll toll eigentlich. Voll toll, ey. Voll toll. Wirklich sehr toll. So. Und dann gehen wir einfach raus. Jetzt reicht der auch. Das geht mir ganz gut. Das ist zum Wasser natürlich auch. Natürlich genau. Und dann können wir meinen Weg auch schon zu Eldin gehen. Zu diesem zweiten Gebiet. Meine Wege. Hallo. Weht ihr denn? Ach. Ein Eigenschaft. Okay. Was kostet denn das? Oh, gar so teuer. Ich hab gar Geld, ne. Shit. Ah, das macht doch nix. Weiter her. Alles gut. Okay. Ach. So toll, einfach hier. Oh, hallo. Was ist das denn? Was? Seh' in meine Augen. Junge Freund. Junge Freund ist hier vor dir liegt. Ein beschweriger Weg. Es ist voller Gefahren. Es ist ein Teil. Womit her ist ein Kreis hoch. Junge Freund. So sollst du dein Ziel aus den Augen verlieren. Brich ich für dich in die Zukunft. Ja. Gut. Dann mal sag mal bitte. Sag jetzt, mein Freund. Kannst du dir was über die Zukunft sagen? Über alle verlangen ich dafür. Zeh Rubin. Aber nur für heute. Wegen ich. Den Blick. Aber nur heute wage ich den Blick. In der Kristall für nur ein einzigen Rubin. Hast du? Nur ein Rubin willst du. Sein Zukunft erfahren? Ja. Boah, ein Rubin. Sehr gut. Oh, wie schön. Ich hätte schon so lange keine Kunden mehr. Ah nein, verstehe mich nicht falsch. Die Samtenaufer fliegen über die Macht. Der weiße Uang. Junger Freund. Boah, was zum geil scheiß. Oh, sehe ich. Ich sehe etwas. Das ist ganz ehrlich von mir. Ich sehe Feuer. Ah, ein Ort voll läutender Flammen. Mir wird schon vom Himmel. Vom Himmel sind ganz heiß mein Freund. Okay, danke. Ja, ich habe kein Geld. Shit. Oh mein Gott. Ich habe kein Geld. Wie kann es sein, dass ich kein Geld habe? Hm. Muss ich wohl ohne ein Eisenschild auskommen? Was soll's? Na gut, hallo. Irgendwann! Komm. Will dir diesen Herztrank? Ja, machen wir auch. Wie genau. Okay, danke. Danke. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin noch lange hiergeblieben. ich werde jetzt ehrlich noch länger hier geblieben aber ich hab halt auch kein geld und wenn man kein geld hat kann man sich auch hier wenig antun hier im bazar aber was soll's ne ist alles gut voll schön einfach hier die musik ist so toll einfach nur so tolle musik einfach krasser scheiß ok dann gehen wir endlich zu aldin jetzt geht's zu aldin bei jona dahin müssen wir ja zu rot müssen wir wie gesagt genau, wir müssen zu rot oder das zu rot ja 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 war hier im eldien gebiet ich freue mich auch darauf und hat freut mich drauf also meine lieblingswelt ist immer noch anell aber trotzdem trotzdem ich heute auf russala jetzt aber kommt ja jetzt sehr gut als tut jetzt aber hier in den feuer ebenen achtung entspannt der video genau um ein kapital ist das einfach gemacht hier bitte ich habe dir was zu berichten ist der vulkan aldin ein noch sehr aktiver vulkan ja ich sehe schon vulkan aldin okay dieses gebiet bestätigt zu fünf letztlich brust aus lava und ist voller kreaturen die sich an das feuer gewöhnt haben okay ich will dir auf dem fenster ausgestattet aus so wie klein die leitung besonders auszugeben auszugeben falls du in brand gerät würde ich eine rolle oder eine bewegte attacke das feuer vermutlich gut finden dankeschön bei video genau jetzt haben wir diesen vulkan aldin erreicht sehr gut danke 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 schön vielen dank für die eine erklärung vielen dank okay danke 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 aber bis jetzt auch sehr schön einfach hier alles doch bis jetzt ist auch alles schön ja leute das freut mich einfach man kann spaß haben nicht mehr schon wird auch geil denke ich mal doch sogar so kommt kein scheiß machen jetzt danke so was denn hier eigentlich los so was gut ja nicht schlecht so schön musik die kenne ich noch früher gute musik was ist hier los halt halt ich lass dir nicht zu dass du unser revier erwüßt moment hey das sieht nicht so aus als würde er zu den roten kerlen gehören oder ja ja kann schon sein aber muss er uns so erschrecken nicht so ungut aber deshalb treiben sich hier unseren revier ganz schön viele umwegende kräfte herum ok deswegen liegen wir auch hier auch im interhalt um es den kerlen mal ohne zu zeigen wenn du hier auch nach hessen los in dir den ich auf jeden fall vor den roten karten in acht da wie durch gedanken danke 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 schön ich müsste auch das video ist auch hier wenden deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten mal und ich habe euch sehr lieb und bald geht es weiter mit einem neuen part zu löchern und zu löchern servus so